Die Grünen, das sind nicht mehr die anti-autoritären Freigeister, als die sie in den 80er Jahren mal gestartet sind, sondern das sind inzwischen die strengen Gouvernanten der deutschen Politik, die die Bürger bevormunden mit Verboten gängeln und erziehen wollen. Von Pippi Langstrumpf zu Fräulein Rottenmeier, mündige Bürger brauchen keine Erziehungsberechtigten, die können ihre Entscheidungen selber treffen.